Dragon Ball Daimor. Ich habe jetzt die erste Folge geguckt und ich sag mal so, für mich ist ja Dragon Ball mit dem Ende von Dragon Ball Z eigentlich abgeschlossen. Ich fand, das war ein gutes Ende. Der Manga ist da vorbei und ich war da immer fein mit. Reichte das dann auch? Und ich finde, man sieht halt auch an GT und an Super so richtig so richtig viel Neues, wenn wir mal ehrlich sind, bringt das nicht. Ich habe ja GT damals gesehen, als das im Fernsehen ausgestrahlt wurde und Super, ehrlich gesagt, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Teilweise habe ich Folgen gesehen, ich habe viel geskippt, ich habe viel, einfach nur so Clips auf TikTok gesehen, deswegen kann ich es nicht so richtig fair behandeln. Aber ich habe immer das Gefühl, Dragon Ball, das dreht sich halt einfach im Kreis, schon in Dragon Ball Z, wenn man mal ehrlich ist. Ich finde halt, so richtig das Ende ist eigentlich die Cell-Saga, weil die Geschichte von Dragon Ball Z ist ja eigentlich von Son Gohan, die Geschichte. Und die Bu-Saga ist dann halt noch mal so ein Nachklapp, wo sie gemerkt haben, naja, der ist aber trotzdem irgendwie nicht der Hauptcharakter. Das muss schon noch Son Goku machen. Und Son Goku ist aber halt auserzählt, meines Erachtens nach. Und gibt es vielleicht auch Leute, die das anders sehen. Aber naja. So. Das ist halt so ein bisschen auf die Krux bei Dragon Ball, dass halt viele Figuren, viele coole Figuren immer eingeführt werden, aber die werden einfach nie weitererzählt. Zu Ende erzählt, auserzählt. Hm. Uff. Einfach vergessen. Oft. Naja. Und jetzt Dragon Ball Dimer. Warum gucke ich das überhaupt an? Das Ding ist ja, Akira Toriyama ist gestorben. Und in der Promotion-Phase vor Dragon Ball Dimer hieß es immer, das ist jetzt das erste Mal, dass Akira Toriyama wieder so richtig mit am Start ist. Man weiß zwar, der hat auch bei Dragon Ball GT mitgearbeitet oder bei Dragon Ball Super mitgearbeitet, aber das kann halt alles Mögliche heißen. Das ist halt so ein bisschen wie sowas wie, der hat vielleicht sich mal eine Figur ausgedacht, der hat mal gesagt, ja, dann kämpfen die gegen den. Und dann müssen die nochmal gegen den kämpfen. Aber schreib du das mal, mach du das mal alles. Und bei Dragon Ball Dimer hieß es eben, nein, da hat er sich wirklich, das hat er sich alles selber ausgesprochen. ausgedacht. Und das fände ich halt dann erstmal wieder interessant. Dann gebe ich dem erstmal wieder, dann denke ich mir erstmal wieder, naja, dann muss man dem ja irgendwie eine Chance geben. Und vor allen Dingen jetzt, weil es eben nun dann auch wirklich das allerletzte ist, wo Akira Toriyama wirklich mitgearbeitet hat. Da bin ich irgendwie, da habe ich so das Gefühl, dem Franchise bin ich das schuldig, dass ich mir das angucke. Und bisher bin ich etwas unterwältigt, aber es ist ja auch erst Folge 1. Ich finde es interessant, ähm, jetzt gibt es Spoiler zu Dragon Ball Dimer, ähm, Vorsicht, Achtung, Achtung. Also erstmal lame finde ich, dass die wieder zu Kindern werden. Ich weiß auch nicht, das ist so, wo kommt das immer her? Wieso passiert das überhaupt? glaube ich auch. Naja. Und, ähm, interessant finde ich dieses Ding, dass die Namekianer wohl doch alles Dämonen sind. Also Piccolo, der ist ja, also der alte Oberteufel Piccolo, der ist ja als ein Dämon eingeführt worden. Später gab es dann einen Twist, nein, das sind auch nur Außerirdische. Jetzt gibt es den Twist doch. Aber ganz früher ursprünglich waren es doch Dämonen. Und, äh, ja, das finde ich erstmal interessant. Das macht halt die Tür wieder offen für, naja, ehrlich gesagt macht das auch nur die Tür wieder offen für Powerscaling. Das sind, naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da mit Story-mäßig passiert. Das ist irgendwie das, was mich mehr interessiert. Ähm, und ansonsten, tja, was wird passieren? Ich weiß schon, das ist in Folge 1 noch nicht so richtig klar, aber ich weiß schon, die werden in das Land der Dämonen reisen. Und, äh, will lustige Abenteuer bestehen. Ach, mal gucken. Mal gucken. Ich finde, ähm, der Artstyle ist so lala. Ich bin halt nicht so ein großer Fan von so dem neuen, modernen, es ist offensichtlich alles irgendwie im Computer entstanden, Artstyle. Der sieht nicht mehr so scheiße aus wie noch vor zehn Jahren. Das ist okay. Das ist irgendwie keine Kritik mehr, die ich anwenden kann. Das ist einfach was, woran ich mich halt gewöhnen muss, dass Sachen jetzt so aussehen. Tja, ähnlich schwach, wie ich es erwartet habe, fängt es an. Aber Potenzial ist natürlich immer da. Mal gucken, mal gucken, was er sich, ich will nicht sagen, aus den Fingern gesaugt hat, mal gucken, was er sich ausgedacht hat. Nakira Toriyama. Tja, Dragon Ball Dimer. Schauen wir mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.